Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag Fuck Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wehmheuer und ich freue mich wieder sehr, dass du auch bei dieser Folge wieder mit mir am Start bist, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und heute möchte ich mich direkt am Anfang ganz, ganz herzlich bei dir bedanken und bei all denen, die meiner Aufforderung ein Stück weit gefolgt sind und mir jetzt ihr Feedback unter den entsprechenden Posts, die ich zu jeder Folge bei Instagram mache oder mir eine persönliche Nachricht schicke. Keine Ahnung, was da in den letzten vier Wochen bei dir los war oder bei euch los war, aber es ist, ja, als wenn einer einen Schalter umgelegt hätte und ja, ich möchte mich einfach von Herzen für dieses Feedback bedanken, weil es ist ein großartiges Gefühl, so mit dir in den Kontakt zu kommen, zu hören, ob das, was ich mache, ja wirklich das Richtige ist, bei dir ankommt, ob es die Themen sind, die dich beschäftigen, die dich weiterbringen und ja, du hörst, ich freue mich sehr darüber und deswegen gleich am Anfang ein dickes, fettes Dankeschön dafür und gerne weiter so. Denn auch zu dieser Podcast-Folge wird es wieder einen passenden Post bei Instagram finden, du findest mich dort, ja, unter natürlich Kerstin Webenheuer und es wird einen Post geben und ich freue mich sehr, wenn du auch da mir Feedback gibst, mir vielleicht Fragen stellst oder auch, ja, deine Gedanken, deine Tipps und Tricks, die du zu diesem Thema für diese Woche hast und ja, wenn du sie dort teilst. Ja, und dann bin ich auch schon super bei der Überleitung. Diese Woche geht es um das Thema, ja, leichter Entscheidungen treffen und ich hoffe sehr, dass auch das wieder ein Thema ist, das dich hin und wieder mal umhertreibt oder einfach in irgendeiner Form in deinem Leben ist oder gewesen ist, was du kennst und ich kann für mich sagen, es ist ein Thema, also das Thema Entscheidungen treffen ist eines, was mich jahrelang unglaublich viel Energie gekostet hat und auch heute gibt es immer wieder Situationen, ja, wo ich merke, ich komme da ins Gedankenkarussell, sitze im berühmten Hamsterrad fest zum Glück und das möchte ich mit dir teilen in dieser Folge, habe ich für mich gute Techniken, Strategien herausgefunden, wie ich leichter Entscheidungen treffen kann und tue das in der Regel auch, weil, ja, wenn einfach so Strategien, so Handlungs, wie sagt man, Handlungsweisen da sind, wenn sie einfach mal im Bewusstsein da sind, wird es immer leichter, sie anzuwenden, sodass sie dann auch, ja, ich denke, im Großteil, zumindest in meinem Leben so mittlerweile in meinem Unterbewusstsein verankert sind, dass ich deutlich leichter Entscheidungen treffe und Entscheidungen zu treffen, schnelle Entscheidungen zu treffen ist gerade im Business und aber auch sicherlich in dem einen oder anderen privaten Bereich, in der einen oder anderen privaten Entscheidung, ja, wirklich wichtig, um, ja, um A, nicht Energie zu verlieren und um B, sich manchmal vielleicht auch den einen oder anderen Vorsprung zu verschaffen, denn während du vielleicht noch Stunden, Tage oder Wochen lang darüber nachdenkst, ob du Weg A, B oder C oder vielleicht noch 25 andere Wege einschlagen könntest, sind deine Mitbewerber, deine, ja, die Menschen, die sich vielleicht mit dir um einen Kunden bemühen oder wie auch immer, ja, schon viel schneller am Start als du und, ja, und du denkst noch drüber nach und die anderen sind schon am Start oder auf der Bahn und, ja, das kann hin und wieder nachteilig sein. Womit ich nicht ausdrücken möchte und jetzt denken vielleicht der ein oder andere, ja, ja, jetzt kommt sie wieder mit diesem Fuck einfach machen, ich möchte damit nicht sagen, dass du nicht mehr darüber nachdenken sollst, was du tust, sondern es geht hier an dieser Stelle darum, wie du lernen kannst, schneller und vor allen Dingen leichter Entscheidungen zu treffen und zwar gute Entscheidungen, die dich wirklich voranbringen. Es geht also an dieser Stelle mal wieder nicht um blinden Aktionismus, nicht nur um zu entscheiden, um zu entscheiden und um dann ins Handeln zu kommen, sondern es geht ja darum, wirklich gute Entscheidungen zu treffen und das zu trainieren und aus meiner Erfahrung heraus geht das und es ist, ja, wie immer eine Frage der Übung. Natürlich auch mit dem Risiko, wenn du schneller Entscheidungen treffst, wenn du öfter Entscheidungen treffst, wirst du natürlich zwangsweise auch, ja, mehr Fehler machen als andere, die sich stundenlang im Gedankenkarussell drehen. Also wer keine Entscheidung trifft, macht vermeintlich weniger Fehler, trifft weniger Fehlentscheidungen. Das kann man, glaube ich, einfach einmal so stehen lassen. Ob das der bessere Weg ist, wage ich zu bezweifeln. Ich würde sogar behaupten, das ist nicht der bessere Weg, weil wer keine Fehler macht, wer nicht handelt, ja, der macht aber auch keine Erfahrung und der kommt auch nicht von der Stelle. Der wird seine Ziele, ja, höchstwahrscheinlich gar nicht erreichen oder nur sehr langsam. Und während alle anderen schon an ihren Zielen sind, ja, drehst du vielleicht die 287. Runde in deinem Gedankenkarussell. Wenn dir das Spaß macht, bitte mach das. Kann ja auch eine nette Sache sein. Wenn du aber jemand bist, der seine Ziele erreichen möchte, der sein Leben so leben möchte, wie er sich das vorstellt und, ja, dann würde ich dir empfehlen, Entscheidungen zu treffen und ins Handeln zu kommen. Und, ja, zu machen. Du kennst das von mir. Ja, und jetzt geht es um das Thema Entscheidungen treffen. Wie geht denn das und wie kannst du da vorankommen? Vielleicht hast du gerade aktuell irgendeine Herausforderung, wo du, ja, 37 Möglichkeiten hast, die du wählen könntest. Und einen Zahn möchte ich dir nämlich direkt jetzt am Anfang ziehen. Und zwar, das ist der Zahn, der heißt die richtige Entscheidung. Aus meiner Sicht gibt es nicht die eine richtige Entscheidung, die du treffen kannst oder zumindest nur in den seltensten Fällen. Denn du wirst nur herausfinden, ob es die richtige Entscheidung ist, die dich, ja, vielleicht am schnellsten, am elegantesten, am leichtesten zu deinem Ziel bringt, wenn du bereit bist, eine Entscheidung zu treffen, eine Handlungsweise auszuwählen und sie auch zu leben, durchzuführen. Vorher wirst du in den seltensten Fällen, ich will es nicht ausschließen, aber ich glaube, sehr selten wissen, was ist die richtige Lösung, was ist die richtige Entscheidung. Ich denke, es gibt so etwas wie die beste Entscheidung, aber auch hier wirst du nur herausfinden, ob es die beste oder von mir aus auch die richtige Entscheidung war, wenn du, ja, aus dem Pool deiner Möglichkeiten auswählst, dir eine daraus packst, dich dafür entscheidest und sie dann einfach durchführst. Und nur dann wirst du herausfinden, ob es eine Handlungsweise oder eine Handlung ist, die dich weiterbringt und im Nachhinein kannst du sicherlich dann vielleicht sagen, ja, das war eine schnelle, gute Entscheidung, die hat mich, keine Ahnung, finanziell nach vorne gebracht, die hat mich glücklich gemacht, whatever. Aber wie gesagt, das kannst du erst herausfinden, wenn du es getan hast. Also den Zahn, den ich dir jetzt direkt am Anfang ziehe und das ist wirklich auch sehr befreiend, wenn du dich von dem Druck frei machst, wenn du den gehen lässt, zu sagen, es gibt nur eine richtige Entscheidung und ich muss sie um Gottes Willen herausfinden. Ähm, nee, sorry, Bullshit, gibt's nicht. Gibt es nicht. Und ich finde das sehr, sehr befreiend. Du darfst also eine Entscheidung treffen, ohne diesen Druck, dass es die richtige sein muss. Das finde ich persönlich gut. Das hat mir ganz viel Raum zum Atmen gegeben, hat ganz viel Energie gespart und tut es auch heute noch, diese 95. Schleife zu drehen, um vorher zu überprüfen, ob es die richtige Entscheidung ist. Die Energie, die ich dadurch spare, und das finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, was auch dafür erspricht, eine Schnellentscheidung zu treffen, ist die Energie, die du dann sparst, weil du halt nicht im Gedankenkarussell unterwegs bist und dich wie ein, keine Ahnung, wie so ein Tier, was sich im Kreis dreht. Also immer, ne, wie so ein Tier, was sich, oder ein Mensch, der sich immer nur im Kreis dreht, wie so Reifen am Auto, die so durchdrehen, das Bild kommt mir gerade. Handbremse angezogen und den Fuß auf dem Vollgas. So, also du gibst Vollgas und du kommst nicht von der Stelle. Das ist das, wenn du keine Entscheidung triffst. Du verbrauchst eine unglaubliche Energie, um deinen Gedankenapparat auch am Laufen zu halten. Der läuft in der Regel dann auch auf Hochtouren, weil du willst ja eigentlich eine Entscheidung treffen, weil unterbewusst weißt du das, dass du eine Entscheidung treffen musst, um eine Handlung durchführen zu können. Und du verbrennst alle Energie, indem du ja alles ständig wieder beleuchtest. Dann kommen so deine Freunde hervor, der innere Schweinehund und der innere Kritiker und alle, alle beschäftigen sich mit dieser Entscheidungsfindung, ohne dass dabei ein Ergebnis bei rumkommt. Und die Energie, das wollte ich gerade sagen, die Energie, die ich an dieser Stelle spare, die setze ich ein, um umzusetzen, um wirklich voll in der Kraft zu sein und zu sagen, okay, ich habe jetzt die und die Entscheidung getroffen und jetzt gehe ich all in und gebe meine ganze Energie genau da rein, gebe 100 Prozent, bin voll dabei und kann dann hinterher sagen, guck mal, ich habe alles gegeben und ich habe meine ganze Kraft in diese Handlung gesteckt und deswegen bin ich meinem Ziel zumindest näher gekommen. Das kann natürlich auch sein, dass du dann mit voller Kraft auf die Fresse fliegst. Ja, das kann auch passieren. Aber ich glaube, das ist dann wahrscheinlich eher die Ausnahme, wenn du gelernt hast, gute Entscheidungen zu treffen und leicht Entscheidungen zu treffen. Und ja, wer handelt, der fällt auch auf die Fresse. Wo gehobelt wird, fallen nun mal Späne und dann fällt man auch mal hin und dann muss man wieder aufstehen. Ich glaube aber letztendlich hast du dazu viel, viel mehr Kraft zur Verfügung, als wenn du deine Kraft dafür einsetzt, auf der Stelle durchzudrehen. So, ja, das waren zumindest jetzt schon mal zwei Punkte, die mir wichtig waren. Also A, dieses, es gibt nicht die richtige Entscheidung und B, die Energie, die du dafür einsetzt, auf der Stelle durchzudrehen und nicht voranzukommen, nutze die für deine Handlung dann. Also auch das spricht dafür, Entscheidungen zu treffen. Und wenn du dich jetzt immer noch fragst, ja, super, oder dir sagst, das leuchtet mir ein, das ist sinnvoll, aber trotzdem komme ich nicht dazu, mich zu entscheiden. Dann habe ich hier weitere Empfehlungen für dich, so wie ich das mache. Also du weißt ja, immer ein Angebot von mir, das sind meine Strategien, meine Techniken, wie ich von A nach B komme. Ich biete es dir an, du kannst es ausprobieren, darüber würde ich mich freuen. Du kannst, du musst es nicht ausprobieren, aber auch hier wieder an dieser Stelle, du wirst nur herausfinden, ob es für dich funktioniert, wenn du es ausprobierst. Also das ist so, als wenn du an so einem super coolen Buffet stehst, such dir das Beste raus. Und ich finde es immer spannend, auch mal Dinge auszuprobieren, die ich noch nicht kenne. Denn erst dann kann ich hinterher sagen, ob das nach meinem Geschmack ist oder einfach, oh nee, nein, danke, habe ich einmal probiert, aber ist nicht meins. Ja, genau, das wollte ich sagen. Achso, ja, und was ich mache, ist, wenn ich mehrere Möglichkeiten habe und mich nicht so gefühlt spontan entscheiden kann, dann gehe ich einfach genau rein ins Gefühl. Also ich schaue einfach mir die verschiedenen Möglichkeiten nacheinander an und überprüfe immer, ob ich mit dieser Handlungsweise das Gefühl erlangen kann, was ich mir von dem Ergebnis verspreche, also welches Ziel will ich erreichen und kann ich mit dieser Handlung A zum Beispiel genau dieses Gefühl erreichen. Und das hilft mir ganz oft sehr, weil ich ja im Prinzip schon mal mich in die Zukunft reindenke, als wäre sie die Gegenwart. Ich spiele das auch wirklich im Kopf durch. Ich stelle mir die Situation wirklich so vor, dass ich am Ziel bin und schaue einfach, wie fühlt sich das an, wenn ich diesen Weg A gegangen bin, um an mein Ziel zu kommen. Und je nachdem, wie viele Möglichkeiten ich habe, spiele ich das durch. Spannend dabei ist, dass mir zumindest immer dabei schon gar nicht schnell klar wird, welche Möglichkeiten über Bord gehen, mit welchen das mit Sicherheit nicht funktioniert. Parallel dazu ist auch ein ganz tolles Hilfsmittel zu überprüfen, ob diese verschiedenen Möglichkeiten, diese verschiedenen Optionen oder Handlungsweisen mit meinen eigenen Werten übereinstimmen. Das ist auch ganz spannend. Wenn du dir jetzt schon über deine Werte bewusst bist, also die Dinge, nach denen du dein Leben ausrichtest, was dir wichtig ist, kannst du das super dafür einsetzen. Ich habe also immer meine Top 10 Werte für mich recht parat. Ich kann das sehr schnell gegenchecken. Wenn du das noch nicht so parat hast, ich packe dir in die Shownotes auf jeden Fall mal eine Werteliste rein. Anhand der kannst du mal so drauf schauen. Da stehen 148 Werte drauf. Du kannst mal für dich anfangen, deine Top 20 Werte zu ermitteln. Also die Werte, die dir da ins Auge springen und sagen, ja, das ist das, wonach ich mein Leben ausrichte. Also bei mir ist es ganz klar Ehrlichkeit und Familie und auch Erfolg steht bei mir ganz oben. Partnerschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Das sind so meine Top 5 Werte, die ich habe. Und schau mal du für dich, ob du dann deine Top 10 Werte, Top 20 Werte ermitteln kannst. Und das kannst du auch nutzen in der Entscheidungsfindung. Also geh dann deine Optionen durch und check immer wieder gegen, ob das mit deinen Werten konform gibt oder ob du in einen Wertekonflikt gerätst. Das ist auch ganz spannend und hilft bei mir zumindest bei der Entscheidungsfindung. Ja, also Gefühle überprüfen und Werte überprüfen. Hilft mir ganz doll dabei, in die Entscheidung, ja, also Entscheidungen zu treffen. So. Und was ich dir noch dazu sagen wollte, ist, dass es auf jeden Fall ähnlich wie mit unserem Mutmuskel oder allen anderen Muskeln, die wir so haben, eine Frage der Übung ist, des Trainierens ist. Ich habe dir am Anfang erzählt, dass es mir früher nicht leicht gefallen ist, Entscheidungen zu treffen, aus den unterschiedlichsten Gründen, weil da auch viele Ängste immer mit reingespielt haben. Und erst als ich das alles so mir ins Bewusstsein gebracht habe und Erfahrungen gemacht habe mit dem Entscheidungen treffen, ist es mir immer leichter gefallen. Und auch da bin ich noch auf dem Weg. Wie gesagt, es gibt immer noch wieder Momente. Ja, da bin ich auch schön im Hamsterrad unterwegs. Aber es ist möglich, das zu trainieren. Und das wäre auch nochmal so ein Tipp von mir für dich. Fang einfach an zu trainieren. Entscheidungen treffen zu trainieren. Und da darfst du gern ganz mit ganz banalen Dingen anfangen. Also wirklich banalen Dingen. Keine Ahnung. Esse ich heute zum Frühstück oder trinke ich Kaffee oder Tee? Und ganz bewusst da rein zu spüren, was macht das mit dir? Wie fühlt sich das an, wenn du eine Entscheidung triffst? Was ist auch, das ist auch ganz spannend, wenn du Entscheidungen getroffen hast, also entweder ganz aktuell oder gehen auch gern mal zurück in deiner eigenen Timeline. Schau dir mal die Situation an, wo du Entscheidungen getroffen hast. Und vielleicht kannst du eine Art Muster entdecken. Was brauchst du, um Entscheidungen treffen zu können? Und in Situationen, wo es dir leicht gefallen ist, Entscheidungen zu treffen, im Gegensatz zu Situationen, wo es dir ganz, ganz schwer gefallen ist, wo du vielleicht sogar selber keine Entscheidung getroffen hast, sondern das Leben dann dazwischen gekommen ist oder jemand anders für dich Entscheidungen getroffen hat. Was ist da anders gewesen? Was ist der Unterschied? Was brauchst du, um gut Entscheidungen treffen zu können? Ist es ein Gefühl der Sicherheit? Ist es ein Mensch, der dich berät? Oder musst du die Sachen einfach nochmal sehen und hören? Musst du sie dir aufschreiben und dann die verschiedenen Optionen bewerten? Vielleicht in so einem Bewertungssystem mit Plus und Minus oder wie auch immer. Also da auch eine Empfehlung von mir, damit du in Zukunft leichter Entscheidungen treffen kannst, trainiere das. Geh bewusst rein in Situationen, die du aktuell üben kannst und die können noch so banal sein. Fang da klein an und steiger dich. Nimm dir vor, jeden Tag ganz bewusst drei Entscheidungen zu treffen, morgens, mittags, abends eine. Und schau dann aber immer genau hin, wie fühlt sich das an? Was waren da die Umstände? Wo war es leicht für dich? Wo ist es schwer? Denn du wirst auch heute schon ganz, ganz viele Entscheidungen treffen. Du stehst morgens auf und das ist schon eine Entscheidung, aufzustehen. Also es würde jeden Tag, keine Ahnung, tausende von Entscheidungen geben, die du triffst, die dir leicht fallen, die dir so leicht fallen, dass sie Routinen sind, dass du nicht mehr drüber nachdenkst. Und dahin darfst du dich entwickeln, dass du auch große, wichtige Entscheidungen triffst. Nicht leichtfertig, aber mit Leichtigkeit. Und ja, ich denke, das waren so meine Tipps. Und was mir gerade noch kommt, ist Herz schlägt Kopf. Also das, was ich gerade gesagt habe, übe dich da drin und überprüfe mal, wo es dir leicht gefallen ist. Und mit Herz schlägt Kopf meine ich, die Entscheidungen sind immer schon in dir. Also egal, wovor du stehst, die Antworten, welche Entscheidung du triffst, welchen Weg du gehst, welche Option du wählst, die ist immer, immer schon in dir. Ja, meistens unbewusst, gerade bei den Dingen, die dir schwerfallen, aber geh davon aus, dass du unbewusst schon eine Entscheidung getroffen hast. Und hör auf dein Herz oder wie man auch vielleicht sagt, auf dein Bauchgefühl, was aber meistens, denke ich, ein Herzensgefühl ist. Hör auf deine Intuition und wenn du mal zurückdenkst, wie oft hast du schon Entscheidungen getroffen, die nicht gut waren und wo du hinterher, wenn du drüber nachdenkst, zugeben darfst oder musst, ah, dein Bauchgefühl hat dir eigentlich vorher was anderes gesagt, dein Herz hat dir was anderes zugerufen und dein Kopf, dein Kopf hat anders entschieden. Und du hast aber in dem Moment das Gefühl, das ist eine Kopfentscheidung und dein Kopf gibt dir dann auch die entsprechenden Rechtfertigungen, Begründungen dafür. Aber, ja, ich denke, oft entscheidet unsere Intuition und bei den wirklich guten Entscheidungen. Und gut heißt nicht, dass es hinterher nicht sich als Umweg herausstellt zu deinem Ziel, sondern gut im Sinne von, dass diese Entscheidung mit deinen Gefühlen und mit deinen Werten einhergeht, die triffst du intuitiv, die sind einfach da, da spricht dein Herz zu dir oder das Bauchgefühl, das ist Intuition und das sind die guten Entscheidungen, wo dein Herz spricht und einhergeht mit deinen Werten und deinen Gefühlen. Und die Kopfentscheidungen, ja, die sind nicht unbedingt schlecht, die schützen uns ja auch davor, total verrückte Dinge zu tun, die uns im Zweifel vielleicht sogar wirklich in Schwierigkeiten bringen. An dieser Stelle wahrscheinlich auch wieder macht es die Mischung, eine Mischung zwischen deinen Gefühlen, deinen Werten und deinem Wissen, also dem Kopf. Die Mischung macht es wie immer, genau. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass es dir mit diesen Gedanken, die ich jetzt mit dir geteilt habe, leichter fällt, Entscheidungen zu treffen. Also das Wichtigste ist, denke ich, wirklich, es gibt keine richtige Entscheidung, es gibt zumindest nicht die einzige richtige Entscheidung. Auch mit vermeintlichen nicht richtigen oder falschen Entscheidungen kannst du an dein Ziel kommen, vielleicht über Umwege, aber vielleicht ist dieser Umweg viel, viel schöner und bringt dir noch andere wunderbare Dinge in dein Leben. Dann, du kannst es üben, Entscheidungen zu treffen und das zu trainieren und hör auf dein Herz. Das wäre auch nochmal ganz wichtig, was ich dir ans Herz legen möchte. Ja, ich hoffe, es fällt dir jetzt ein bisschen leichter oder zumindest hast du die Idee davon, dass es leichter gehen könnte. Entscheidungen treffen muss nicht schwer sein. Das kann etwas sein, was unglaublich viel Spaß macht und du darfst auch Fehler machen dabei und Erfahrungen machen und Hauptsache, ja, wie immer, fuck einfach machen, ins Handeln kommen, Entscheidungen treffen, damit du, und das ist doch das Ziel, am Ende das Leben lebst, was du dir vorstellst. Egal ob Business, egal ob Privatleben, sondern es soll dein Leben sein, was, ja, was du dir wünschst. Und genau, dazu braucht es einfach Entscheidungen. Punkt. Ich danke dir, dass du zugehört hast, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und ja, wenn du trotz allem jetzt denkst, ja, das hört sich in der Theorie immer alles ganz gut an bei dir, Kerstin, aber ich weiß oder ich habe eine Ahnung, da blockiert bei mir doch noch irgendwas anderes oder ich kann oder möchte diesen Weg nicht alleine gehen. Ich brauche da deine Unterstützung, dann möchte ich dir anbieten, buch doch bei mir ein kostenloses Kennenlerngespräch, in dem wir kurz schon mal uns ein bisschen beschnuppern und kennenlernen und über deine Herausforderungen sprechen. Das ist ein wirklich kostenfreies, unverbindliches Angebot von mir an dich. Du kannst das buchen über meine Webseite, ich packe den Link dazu aber in die Shownotes und ja, auch hier wieder, fang einfach machen, komm ins Handeln und höre auch hier wieder auf dein Bauchgefühl, auf dein Herz, wenn du eine Ahnung davon hast, dass du das alleine nicht hinbekommst, was nämlich absolut keine Schande ist. Ich sage immer, wenn ich Zahnschmerzen habe, dann gehe ich auch zum Zahnarzt und mache das nicht selber. Und deswegen darf man sich in diesen Bereichen auch jemanden an die Seite holen, der einfach entsprechend ausgebildet ist, entsprechende Erfahrungen hat. Und das ist einfach sehr, sehr klug und energiesparend vor allen Dingen und zielbringt, ja, da mit jemandem zusammenzuarbeiten, der einem den Weg zeigt und Tipps und Tricks drauf hat. Also, wenn du Lust dazu hast, ich freue mich auf, ja, auf deine E-Mail oder wie auch immer und komm gerne auf mich zu. Und ja, wenn du ansonsten sagst, ich möchte mich gerne über solche Themen austauschen mit anderen Menschen, dann komm in meine Facebook-Gruppe, die findest du bei Facebook. Sie heißt Hashtag Quack einfach machen, erreiche deine Ziele mit mehr Leichtigkeit. Dort geht es um solche Themen und die Menschen, die Community dieser Gruppe ist grandios. Der Support untereinander ist einfach, ja, so wundervoll, so herzlich. Und ja, werde auch du ein Teil dieser Community und komm, ja, mit uns ins Handeln. Lerne mit uns, entscheide mit uns und lebe genau dein Leben mit, ja, mit ganz, ganz viel Spaß und ganz viel Wissen. Ich freue mich, wenn du dabei bist. In diesem Sinne wünsche ich dir eine super tolle neue Woche mit vielen Entscheidungen, die dir, ja, von Tag zu Tag, von Mal zu Mal bestimmt leichter fallen werden, wenn du es einfach angehst. In diesem Sinne, so schön, dass du da bist. Ich freue mich, du bist ein Geschenk für mich. Lass es dir gut gehen und bis bald. Bis zum nächsten Mal.